Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu jQuery. Heute geht es um die $.each Schleife. Im Prinzip eine $.each Schleife und zwar von jQuery, die wirklich sehr easy zu handhaben ist und wirklich auch sehr praktisch und sehr nützlich. So, für die Leute, die letztes Video nicht gesehen haben, wir haben hier im Prinzip irgendwas mit Ajax gemacht und irgendwelche JSON-Dateien geladen. Das müsst ihr für die $.each Schleife, also die $.each Schleife von jQuery nicht benutzen. Ihr könnt auch einfach irgendwo andersher ein Array haben und durch dieses durchgloopen wollen. Das ist jetzt aber einfach nur ein super Beispiel. Wir haben hier im Prinzip ein assoziatives Array und wer meine JavaScript-Videoreihe gesehen hat, der weiß, was ungefähr das Ding ist. Ansonsten einfach mal folgen, je nachdem von welchem Zusammenhang ihr hierher gekommen seid, ist es in jedem Fall sinnvoll für euch. Okay, die $.each Schleife braucht als allererstes mal das Array, durch das wir durchgehen wollen. Ein Array ist im Prinzip so ein Ding, wie wir hier haben. Wir haben hier als erstes mal diese eckigen Klammern. Das sagt uns sozusagen, das ist ein Array. Also sprich, es hat mehrere Einträge, in unserem Fall drei, aber es könnten beliebig viele sein. Also hier hinten dran kann ich noch 10.000 weitere Einträge reinbasteln und ihr müsst nicht wissen, wie viele das sind. Ihr könnt auch sagen, wir nehmen hier einfach mal an, es sind x Einträge sozusagen. Okay, und was jetzt passiert ist, ihr wollt jeden Eintrag einzeln ausgeben. Das heißt, ihr wollt zum Beispiel ein Alert für alles machen oder ihr wollt die hier in diesen Paragrafen hinten dran hängen. Das machen wir am besten mal, das ist irgendwie ein bisschen sinnvoller. Okay, was wir dann machen ist folgendes. Wir sagen $.each. So, das Array packen wir hier rein. Jetzt hinten dran kommt eine Funktion und zwar die Funktion, was ihr damit machen wollt und zwar mit diesen Daten hier. Und das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Einfach hier hinten dran eine Function schreiben. So wie ihr es gewohnt seid, achtet darauf, dass hier hinten auch ein Semikolon hin muss, da dieses $.each auch ein eigener Aufruf sozusagen ist. So, diese Funktion bekommt jetzt hier Parameter und zwar einmal den Index und einmal das Element. Index bedeutet, das Ding läuft durch von 0, also das hier ist das 0te, das ist das 1te, das 2te und so weiter und so fort. Aber wir haben hier nur bis 2. Das heißt, das hier ist im ersten Durchlauf, diese Funktion wird für jedes Element in eurem Array einmal aufgerufen. Das heißt, im ersten Durchlauf ist es 0, im zweiten ist es 1, im dritten ist es dann 2 und das Element wird jeweils passend dazu rausgezogen. Das heißt, wenn dieser Index 0 ist, dann kriegt ihr in Element dieses Ding hier in die Hand. Im zweiten Durchlauf, wenn dieser Index hier 1 ist, kriegt ihr dieses Element und wenn der Index 2 ist, kriegt ihr dieses wunderbare Ding hier. Wenn ich jetzt noch vernünftig hier irgendwie klicken könnte. So, wunderbar. Jetzt, okay. Jetzt könnt ihr einfach damit machen, was ihr sozusagen wollt und wir werden das jetzt hier einfach in diesen Paragraphen anhängen. Wie man das anhängt, das habe ich euch schon gezeigt und da sagen wir einfach Dollar, ja jetzt kriegt der Paragraph doch mal eine ID zugewiesen, weil es einfach sinnvoller ist. P oder Para, nennen wir ihn Para. So, okay. Wir wollen diesen Paragraphen ansprechen, das heißt, wir sagen hier Hashtag Para und wir wollen etwas hinten dran hängen. Das heißt, wir sagen Append oder wir, ja doch, wir wollen es in den Paragraphen reinstecken, aber wir wollen kein eigenes HTML dazu schreiben. Einfach in den Paragraphen hinten dran. Ich habe euch schon die Unterschiede zwischen Append und After erklärt. Also, falls ihr da nicht wisst, von was ich gerade geredet habe, dann schaut da einfach nach. Append und jetzt gibt es. Was wollen wir denn eigentlich ausgeben? Wir wollen, naja, wir haben hier gerade mit JSON gearbeitet, das heißt, wir wollen hier reinschreiben Element.FirstName. Name, ups, das ist sozusagen der Name, der hier steht, also quasi ein assoziatives Array, weil wir sagen, das ist der erste Teil davon und das ist der hintere Teil davon. Und wenn ich hier über FirstName zugreife, dann kriege ich Thomas raus, wohingegen, wenn ich über LastName zugreife, kriege ich Anderson raus. Und, ähm, ja, jetzt kann ich hier einfach schreiben Element.FirstName und dann konkateniert, also hinten dran gehängt, einfach mit bisschen Platz und dem Nachnamen davon, also Element.LastName. So, Semikolon nicht vergessen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und was jetzt passiert, ist ziemlich beeindruckend, ich habe mich neu geladen seit dem letzten Mal. Ähm, wir haben hier einfach so ein Ding und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann steht hier auf einmal Thomas Anderson, Agent Smith und Agent Brown direkt hintereinander. So, das ist jetzt vielleicht nicht die schönste Schreibweise, sondern wir wollen vielleicht noch ein Leer auf jeden Fall dazwischen. Ähm, und warum eigentlich nicht vorne dran mal noch eine neue Zeile, das wäre doch auch ganz sinnvoll, findet den ich auch. Dann sieht das ein bisschen sinnvoller und schöner aus, dann ist es auch einigermaßen formatiert. Im sinnvollsten Fall habt ihr hier irgendwelche Listen Elemente, die ihr einfach dranhängen könnt und die machen die ganze Formatierung für euch automatisch. So, wenn ich jetzt hier aktualisiere und das Ganze neu lade oder draufklicke, wie gesagt, diese Funktion hier wird immer nur bei Klick ausgeführt, dann kriegen wir dynamischen Inhalt einfach ergänzt mit den Namen hier im Paragrafen drin. Und jedes Mal, wenn ich draufklicke, kommen die drei Namen wieder, logischerweise. Ähm, da müsst ihr dann schauen, wenn ihr das einmal ausgeführt habt, dann nicht nochmal ausführen. Und das könnt ihr ganz einfach machen, ähm, indem ihr euch zum Beispiel eine Variable setzt, die gleich Null ist, ähm, bevor ihr irgendwas gemacht habt. Und wenn ihr hier einmal was gemacht habt, sprich hier drin, dann setzt ihr diese Variable auf 1 und wisst somit, aha, wenn diese Variable 1 ist, muss ich das Ganze nicht nochmal machen. Wenn sie Null ist, muss ich es machen. Ähm, das aber nur so als Hintergrundinformation, das gehört eigentlich nicht in dieses Video. Eigentlich ging es um diese $.each-Schleife. Wunderbar, das war's von meiner Seite schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.